Bayern heute gegen Celtic Deutliche Worte von Weltmeister Metz Hummels Trotz des Trainerwechsels von Carlo Ancelotti zu Jopenckes und trotz des 5.0 gegen Freiburg, schlägt Hummels Alarm. Metz Hummels sieht beim FC Bayern weiter Teamintern Handlungsbedarf und fordert einen besseren Zusammenhalt. Derzeit sei die Mannschaft in dem Punkt noch nicht auf europäischem Spitzenniveau. Es ist definitiv so, dass wir uns Teamintern in vielen Dingen zusammenreißen und verbessern müssen. Es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch nicht auf dem Niveau, auf dem es sein muss, um aktuell zu den absoluten Topmannschaften in Europa zu gehören, sagte der 28-Jährige der Sportbild und forderte, dieser Zusammenhalt muss erst wieder wachsen. Hummels wollte nicht in Abrede stellen, dass es innerhalb des Teams Grübchen gebe. Die Grübchen müssen ein gutes Verhältnis untereinander haben, das ist wichtig, betonte der frühere Dortmunder und meinte, es ist einfach so, dass man sich nicht mit jedem der 22 Mitspieler gleich gut versteht. Die Handschrift des neuen Trainers sei bereits zu erkennen. Die ersten Eindrücke sind, dass Jupp Hönkes sehr fordernd ist, er erwartet viel von der Mannschaft, meinte Hummels. Das Training ist ein wenig härter, die Intensität wird sehr stark eingefordert und ist dadurch permanent vorhanden. Zudem hat Jupp Hönkes neue Regeln eingeführt. Anzeige, jetzt anmelden, 100 Euro Prämie sichern und die Bundesliga tippen.